So, die Aufnahme müsste laufen. Ich hoffe mal, dass das funktioniert. Ich begrüße euch, Freunde, zu der Auflösung des Watch Dogs Goodies Weihnachtsgewinnspiel. Ihr hattet eine Woche lang Zeit, an dem Gewinnspiel teilzunehmen und das Ganze lief über die Seite gleam.io. Das heißt, ich habe mit der Auswahl der Gewinner nichts zu tun. Ich habe jetzt nur darauf gedrückt, alle Gewinner auszuwählen und gleam hat das komplett random gemacht und mir drei Gewinner gegeben. Die möchte ich euch jetzt natürlich mitteilen. Ich werde das Ganze jetzt hier nicht einfügen, weil nämlich auch die E-Mail derjenigen mit dabei steht. Genau aus diesem Grund werde ich jetzt hier nicht mit Screenshot das Ganze einfügen, einfach nur aufgrund der Privatsphäre der anderen. Ich werde die Gewinner auch nochmal per E-Mail kontaktieren, falls ihr das Video nicht sehen solltet. Deswegen, ich werde... wo habe ich es denn? So. Ich habe drei Gewinner. Erster Gewinner bekommt das Watch Dogs Shirt und ein Klackarmband. Der zweite Gewinner bekommt das Notizbuch und ein Klackarmband. Und der dritte Gewinner bekommt eine iPhone 4G oder 4S Hülle plus ein Klackarmband. So. Wer bekommt das T-Shirt? Das T-Shirt... Ich kann das jetzt hier nochmal raus. Um euch das nochmal... Wups. Um euch... Das nochmal... zu... zeigen. Also das ist ein T-Shirt, das ist Größe M, das ist das Shirt mit dem Totenkopf drauf von Watch Dogs. Und hinten steht Watch Dogs drauf. Ich packe es nochmal aus. Das ist das Shirt mit dem Totenkopf drauf. Und dazu gibt es noch ein Watch Dogs Klackarmband. Und gewonnen hat das Sascha. Auch bekannt als Dieselchen. Du wurdest als Gewinner für das T-Shirt gezogen. Das heißt, ich werde dir auch nochmal eine E-Mail schicken oder ich schreibe dir auch auf Facebook. Ich habe dich ja in der Facebook-Liste drin. Schreibe ich dir das dann nochmal, dass du gewonnen hast. Und wenn du das möchtest, brauche ich dann eben nur noch deine Adresse, damit ich dir das dann auch zuschicken kann. Und ja, ob du es überhaupt möchtest, natürlich. Das muss ich natürlich auch wissen. Das ist der erste Gewinner. Der zweite Gewinner bekommt ein Watch Dogs Notizbuch plus ein Klackarmband. Und das hat gewonnen. Der zweite Gewinner ist Nils. Den Nachnamen sage ich jetzt selbstverständlich nicht. Auf Twitch, auch bekannt als Insidious Knights. Ich nenne dich grundsätzlich nur Knights. Ich möchte den vorderen Teil gar nicht aussprechen, weil ich das hundertprozentig immer verhaue. Das heißt, du hast, wenn du möchtest, das Notizbuch plus ein Klackarmband gewonnen. Und dann auch dich werde ich natürlich auch kontaktieren und das Ganze nochmal schreiben, dass du gewonnen hast. Wenn du das Ganze möchtest, brauche ich natürlich dann deine Adresse. So, und der letzte Gewinner bekommt die Hülle plus ein Klackarmband. Das ist diese hier und das Klackarmband und die Watch Dogs Handyhülle. So, und da habe ich jetzt keinen Nickname oder doch, ich habe den Twittername. Der Twittername ist Molfti, wie sei es? Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall bist du, das ist dein, genau, das ist der Twittername. Du hättest das hier gewonnen, wenn du das möchtest. Wie gesagt, ich werde allen eine E-Mail schreiben, die gewonnen haben. Das sind die drei Gewinner vom Watch Dogs Goodies Weihnachtsgewinnspiel. Und hier auch nochmal vielen, vielen Dank an Ubisoft, die mir dieses Weihnachtsgewinnspiel ermöglicht haben. Denn die haben mir natürlich die Goodies zukommen lassen. Deswegen geht ein mega fetter Dank an Ubisoft, dass sie mir das ermöglicht haben. Über Twitch sind noch zwei Gewinnspiele offen, bei denen ich heute, den 25.12. auf jeden Fall eines noch starten werde. Ein, das Notizbuch plus das andere Klackarmband, das zweite Notizbuch plus Klackarmband ist schon weg. Das hatte ich schon über Twitch verlost und das hat Lubos gewonnen. Das heißt, übrig bleibt noch für Twitch ein Klackarmband und ein Gummiarmband von Watch Dogs. Und nochmal ein T-Shirt Größe M plus ein Klackarmband. Ist jetzt ein bisschen, leider, das lag ganz unten drin leider. Das hat es jetzt leider ein bisschen mitgenommen. Nochmal so ein T-Shirt auch Größe M plus ein Klackarmband. Das sind die beiden Gewinne, die ich noch über Twitch verlosen werde. Das Gummiarmband und Klackarmband und T-Shirt und Klackarmband. Das heißt, es wird noch zwei Gewinner geben auf Twitch. Es tut mir natürlich leid für alle, die jetzt nichts gewonnen haben. Aber ja, es kann leider nicht jeder gewonnen. Ich habe auch grundsätzlich noch nie, wenn ich beim Gewinnspiel mitgemacht habe, irgendwas gewonnen. Ja, das sind die drei Gewinner. Sascha, Nights und Moldy. Ich kann den Namen nicht aussprechen, sorry. Ihr seid die drei Gewinner. Ich werde euch kontaktieren. Per E-Mail. Auf jeden Fall. Sascha werde ich wahrscheinlich per Facebook schreiben. Und euch mitteilen, dass ihr gewonnen habt. Ihr habt dann drei Tage lang Zeit, mir Bescheid zu geben, ob ihr diesen Gewinn haben wollt. Und wenn ihr ihn haben wollt, bitte ich euch darum, mir eure Adresse natürlich zu schicken. Sollte ich innerhalb drei Tage nichts von euch hören oder ihr schlagt den Gewinn aus, werde ich natürlich ein weiteres Gewinnspiel veranstalten, damit eben dann ein anderer Gewinner gezogen werden kann. Und dann wird es selbstverständlich nochmal ein Video dazu geben. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Das waren die drei Gewinner vom Weihnachtsgewinnspiel. Wie gesagt, zwei Gewinnspiele gibt es noch über Twitch mit dem Gummiarmband und dem Klackarmband und einem weiteren T-Shirt Größe M plus Klackarmband. Die Leute, die etwas gewonnen haben, sind damit automatisch aus den anderen Gewinnspielen ausgeschlossen. Wie gesagt, jeder hat nur einmal die Möglichkeit mitzumachen. Und wer was gewonnen hat, ist natürlich logischerweise draußen. Wir wollen das Ganze ja fair halten. Das soll es gewesen sein. Ich kontaktiere die Gewinner. Ich bedanke mich bei allen, die beim Gewinnspiel mitgemacht haben. Und natürlich tut es mir leid, dass ich nicht für jeden etwas habe. Tut mir sehr, sehr leid. Aber ich werde noch mehr Gewinnspiele in der Zukunft veranstalten und vielleicht habt ihr dann auch mal Glück und gewinnt auch etwas. Ich bedanke mich für eure Zeit. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns später im Livestream. Oder wenn nicht, dann eben in einem anderen Video von mir. Bis dahin. Ciao. Ciao.